Also du denkst, Elektrostimulation ist nur was für ganz harte Kerle. Dass man ein bisschen verrückt sein muss, um sich elektrische Impulse durch den Körper zu jagen. Am Ende tut das doch weh. Oder ist sogar gefährlich. Warum sollte man sich sowas freiwillig antun? Keine Panik, der Schock bleibt aus. Denn Elektrosex stimuliert ganz gezielt Nervenenden und das ist gar nicht so ungewöhnlich, wie du vielleicht denkst. Unser Körper versendet ständig elektrische Impulse zum Informationsaustausch zwischen Nervenenden und Gehirn. Ohne elektrische Impulse spürst du weder das, noch das und erst recht nicht das. Elektrostimulation ist also Körpersprache. Und das wird schon seit Jahren in der Medizin genutzt, um zum Beispiel chronische Schmerzen zu behandeln oder Muskeln wieder aufzubauen. Und ja, ein paar experimentierfreudige Pioniere haben schnell erkannt, dass es noch viel aufregendere Körperstellen zum Stimulieren gibt. Mit E-Stim-Toys kannst du erogene Zonen so intensiv stimulieren wie nie zuvor. Eines oder mehrere Toys werden an die Powerbox angeschlossen. Mit der ist es komplett dir oder deinem Partner überlassen, ob ein Impuls ein leichtes Kribbeln bleibt oder zu starken Stößen wird. Und ob nur einer oder beide verwöhnt werden sollen. Damit habt ihr unendlich viele Variationsmöglichkeiten. Na dann, viel Spaß! Mit E-Stim-Toys von MyStim. The way I like it.